Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18. Ja, wir sind in neuer Rüstung nun eigentlich soweit bereit zum Bürgermeister zu gehen. Da fliegen die Leute noch raus und es muss einen anderen Weg finden, hier wieder rauszukommen. Und den haben wir ja gefunden, sind draußen und ich wollte jetzt eigentlich, oder wann haben wir Level Up? Bald. Meine Idee wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen, wir könnten nämlich für fünf Stärkepunkte das Langschwert nutzen oder einfach irgendwo anders eine bessere Waffe herkriegen. Langschwert wäre eine minimale Verbesserung, könnte man machen. Fünf Stärkepunkte ist auch jetzt kein Weltuntergang. Aber eine Hand hat eigentlich Prioritäten, das habe ich auch gesagt. Wir haben schon alles, haben wir schon alles Stärke, technisch. Wir haben noch gar keine Amulette, sehe ich gerade. Das heißt, das dürfte ja eigentlich noch drin sein. Das dürfte eigentlich noch drin sein. Bzw. wenn wir im zweiten Ring der Stärke hätten, wäre auch okay, weil wir haben ja so einen dringenden Highlight. Das ist ja... Kannst du wegschmeißen? Also wegschmeißen nicht, aber... So, was haben wir das letzte Mal alles gefunden? Das Anstrengungsbuch des Richters, das können wir noch nicht lesen. Ach stimmt, denn wir haben ja auch noch ein Buch des Wissens. Oh, nochmal 1000 EP, das reicht aber nicht, ne? Ne. Wir können es eigentlich schon mal lesen, weil... Ich meine... Bei der Odyssee-Mod war es glaube ich so, dass ich solche Bücher bis zum Ende hinauf erhoben habe und es auch nichts mehr gebracht. Komm, lesen wir es halt. Die könnte man zwar auch für sehr, sehr viel Geld verkaufen, aber ey, komm, das ist also, ich bitte euch. Machen wir nicht. Wir haben ja nur ein paar Wertsachen, die wir verkaufen können. Und ein paar Bolzen. So wenig Geld haben wir jetzt auch nicht. Also wir brauchen jetzt... Jetzt nicht so viel Geld und können wie gesagt noch gut was verkaufen an Zeug. So, gehen wir mal zum Bürgermeister. Und danach gehen wir mal zum Voltan, weil der... Der, der kann uns ja beibringen, ne? Einhandkampf. Was ich noch sagen wollte, wie wir denn den Sarg öffnen können, das Grab. Ne, im Umfeld vom Hafen wurde mir geschrieben. Im Umfeld vom Hafen kann ich irgendwo den Schlüssel finden für das Grab. So, hallo. Was willst du hier? Bist du gekommen, um mich zu töten? Ich bin nicht gekommen, um dich zu töten. Nicht? Warum bist du dann gekommen? Weißt du nicht, wie gefährlich dein Aufenthalt bei mir ist? Keine Sorge, ich bin mir der Gefahren durchaus bewusst. Das hoffe ich. Du siehst nicht aus, als seist du ein Narr, der sein Leben aufs Spiel setzt, um einen alten Mann aufzusuchen. Doch nun erzähl, was ist dein Begehren? Genau, wir suchen mehr oder weniger nach Antworten. Und warum bist du eigentlich im Arrest? Also, warum ist der hier in seinem Haus eingesperrt? Das ist wohlgemerkt. Ein bisschen, also was heißt, gammlig wirkt, will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist ja im ersten Stock. Aber, für einen Bürgermeister, irgendwie ranzig. Jetzt ist ja gar nichts drin. Ich bin auf der Suche nach Antworten. Antworten? Worauf? Ich muss herausfinden, was mit dem Grafen geschehen ist. Ich fürchte, darauf kann ich dir keine allzu großen Antworten geben. Ich weiß bloß, dass sich sein Wesen stark geändert hat. Seit? Das weiß ich nicht so genau. Entweder seitdem dieser Magier an seiner Seite ist, oder seit der letzten Erneuerung des gräflichen Amuletts. Okay. Erzähl mir mehr. Es ist Tradition, dass der Stadtschmied jedes Jahr die Runde Erneuerung des Amuletts übernimmt. Das Amulett ist das Machtsymbol der Herrscher von Valendor. Dazu bringt der Berater das Amulett zu Willem und holt es dort nach einigen Tagen ab. Ich befürchte, dass sich in dieser Zeit jemand das Amulett bemächtigt und es manipuliert oder gar verflucht hat. Weisen kann ich es natürlich nicht, aber anders kann ich mir das Ganze nicht erklären. Doch rede doch einmal selbst mit dem Film. Vielleicht was eher ob und was mit dem Amulett geschehen ist. Okay. Warum stehst du unter Arrest? Mich hat das gleiche Schicksal ereilt, wie viele ehemals einflussreiche Personen auf diese Insel haben. Einst war ich Bürgermeister dieser erschaulichen Stadt. Doch eines Tages kam die Stadtwache und hat mich hier eingeschlacht. Den Schlüssel zur Tür haben sie mitgenommen und nur hin und wieder etwas Nahrung gebracht. Das ist ja sehr freundlich. Danke für deine Hilfe. Enos, möge dich schützen, mein Freund. Hast du denn irgendwas, was man mitnehmen kann? Ein Runenstein. Das sind ja aber noch unverbrauchte, ne? Ne, das ist Kohle. Elf Runensteine haben wir schon. Aber dann können wir schon ein bisschen was machen mit Runen. Die Insel Wallendor, das hatten wir alles schon gelesen. Was lest du da? Wahrscheinlich nochmal dasselbe. Kann ich dich irgendwie weglocken vom Bücherräger? Nein. Da klebt er jetzt dran. Also es bleibt bei einer Quest. Wir sollen mal zum Schmied. Das können wir natürlich tun. Also langsam löst sich so ein bisschen auf. Ja, die Ideen werden etwas klarer. Hey. Servus, Willy. Was denn sieh mal, was ich hier habe? Was hab ich denn? Hey. Sieh mal, was ich hier habe. Ist das etwa? Das Vollstreckungsbuch des Richters, ganz genau. Daran zu kommen war sicher nicht einfach. Ich wüsste es gerne in meinem Besitz. Das ist ja gesprächsfreundlich. Also da steh ja noch alles drauf. Bevor ich das ihm jetzt einfach so geb. Ja, Alrich. Aber der ist glaube ich... Ist ja schon tot. Ne, Ori und Lommiel Diebstahl. Ich weiß, dass Ori draußen auf dem Feld ist. Deswegen sprechen wir mal kurz mit dem. Ob der auch so eine Gesprächsoption hat. Oder ob das einmalig ist. Okay, es geht nur mit Wilhelm. Die anderen sind entweder schon tot. Oder eingeknackt. Aber okay. Und wie war das? Der hatte jetzt aber keine... Zeig mir. War von dem, die mich interessieren. Ja, leider hat er die nicht. Buh, was ne Scheiße. Ich komme wegen dem Amulett des Grafen. Ja und? Ich habe es nicht hier. Es ist längst wieder beim Grafen. Hör mal. Ich will nur wissen, ob du weißt, was damit geschehen sein könnte. Was soll da groß passiert sein? Ich habe mir das Ding bringen lassen. Es erneuert und dann wieder abholen lassen. Mehr nicht? Nichts Besonderes? Nichts Auffälliges? Natürlich bin ich mir sicher. Blöde Frage. Auch wenn mir eines doch recht komisch vorkam. Was kam dir komisch vor? Weißt du was? Ich werde dir helfen, wenn du mir hilfst. Okay. Na gut, was soll ich machen? Der Richter hatte ein Buch, welches ich gerne in meinem Besitz hätte. Es ist nicht sonderlich wertvoll für mich, dennoch von großem Nutzen. Bring mir das Vollstreckungsbuch des Richters. Wo kann ich es finden? Du kannst Fragen stellen. Entweder schaust du unter dem Kopfkissen deiner Großmutter nach oder in seinem Haus. Und dann überleg dir, wo du es eher vermutest. Okay, das haben wir ja zum Glück schon. Ist das jetzt eine neue Quest oder? Nee, das ist alles in der... Okay. Oh, das haben wir ja. Okay, hier ist das Buch. Danke, Mann. Du rettest mir womöglich den Arsch. Dafür hast du einen gut bei mir. Dann sag mir nun, was ich wissen will. Ich hatte fürchterliche Kopfschmerzen an dem Tag, als Aldrich das Amulett abholte. Dabei war ich überhaupt nicht krank und fühlte mich auch sonst nicht besonders unwohl. Und einige Tage vorher war da dieser komische Typ bei mir und hat bei mir in die Wohnung geglotzt. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Er war wirklich merkwürdig. Er war groß, dunkelhaarig und hatte einen finsteren Blick. Mehr weiß ich leider nicht. Das ist ja interessant. Er hatte Kopfschmerzen. Vermute, dass einige eben unbekannte Personen dafür beantwortlich sind, die sich wenige Tage zuvor verdächtig in seinem Haus umgesehen haben. Das sind wichtige Informationen, die ich Marius unbedingt berichten sollte. Er beschreibt die Person als groß, dunkelhaarig und mit finsteren Blick. Ist doch der locker was, oder? Also nein, weiß ich nicht. Normalerweise würde man sagen, der Wirt könnte es wissen. Ich habe Neuigkeiten. Was hast du zu berichten, mein Sohn? Ich habe mit Wilhelm, dem Schmied, gesprochen. Er erzählte mir, dass ihm bei der alljährlichen Erneuerung des gräflichen Amuletts etwas merkwürdig vorgekommen ist. Er sagte etwas von einem merkwürdigen Typen, der wenige Tage vor der Übergabe des Amuletts in seine Hände in sein Haus geschaut hat. Und an dem Tag, als das Amulett abgeholt werden sollte, hatte er fürchterliche Kopfschmerzen, obwohl er sich ansonsten nicht unwohl fühlte. Nun vermutet er, dass sich dieser merkwürdige Typ an dem Amulett vergangen und ihn betont haben könnte. Das sind wirklich interessante Neuigkeiten. Doch sag mir, weiß er, wer diese Person gewesen ist, die sich bei ihm umgesehen hat? Er sagt, er hat sie vorher noch nie gesehen und kann nur eine vare Beschreibung abgeben. Groß, dunkelhaarig und ein finsteres Gesicht. Nicht gerade viel, wenn du mich fragst. Das stimmt. Das ist wirklich nicht viel. Doch fällt mir eine Möglichkeit ein, die uns eventuell weiterbringen könnte. Von was für einer Möglichkeit sprichst du? Gehe zum Hüter des Innusschreins. Sein Name ist Palan. Der Schrein befindet sich im Felsdurchgang unterhalb der Festung. Ich bin mir sicher, er kann uns mit seinen Fähigkeiten weiterhelfen. Erstatte mir Bericht, wenn du bei ihm warst. Ja, okay. Ich wollte eh nochmal in die Richtung. Weil ich gerne wissen wollen würde, wie... Oh, da ist noch eine Scheißpalme. Scheißpalme. Weil ich gerne wissen würde, ob wir in das Grab reinkommen. Also ich gehe mal davon aus, dass das Grab von den Bauern damit gemeint war. Standbild. Nun gut. Aber so oder so in beide Gräber müssen wir noch rein. Wobei ich glaube, dass das Grab hier links von uns, von den Grafen von Valendor... ... tut mir leid... ... dass dieses Grab eher mit der Hauptqueste zusammenhängt. Das mit den Bauern eher nicht. Das ist einfach nur so ein Zusatz, wenn man da vielleicht... ... keine Ahnung... ... intensiv gesucht hat, dass man da dann... ... den Schlüssel dazu findet... ... und dann... ... dass das... ... den Sarg öffnen kann. Und dann kann man da, was ich ein bisschen... ... wertvolle Güter mitgehen lassen. Das war's. Eine Idee wäre ja in so einem Steinkreis. Liegt hier irgendwo ein Schlüssel? Nein. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Aber da fällt mir noch was anderes ein. ... denn es gibt noch eine Gegend, wo wir so nicht waren. Wo wir aber noch hinwollten. Ich dachte mir, das klatsche ich jetzt gerade mal hinten drauf. Aber erstens hätten wir noch einen Zweitersteinkreis. Übrigens keine Ahnung, was man mit denen noch auf sich hat. Aber wir wollten sowieso noch was in der Nähe vom Hafen machen. Wenn ihr euch vielleicht recht erinnert. Wollten wir mal zu dem Leuchtturm. Denn da waren wir noch nicht. So ist hier irgendwo ein Schlüssel? Das sieht nicht so aus. Aber den ist ein Feldknöderich. Den man mitnehmen kann. Kann schon da wirklich nicht so sein. Irgendwo Schalter, Knöpfe, sonst was. Ne, sieht nicht so aus. Schade. Wenn wir weiter runterlaufen, kommen wir wieder zum Hafen. Oh, so eine Heilpflanze. Der gute alte, dichte Wald. Dicht. So, ähm. So, davon haben wir hier die Hafenstadt. Oder das Hafendorf oder sonst wie. Hier sind noch ein paar Kräuter. Die wir nicht aufgesammelt haben. Das ist ja Frevel. Ähm. Da hinten ist, wie gesagt, der Leuchtturm, wo wir mal vorbeischauen wollten. Ich überlege mir, gerade waren wir da oben. Ja, ne, da kam er mit dem Teleporter hin, oder? Wie war denn das? Ich glaube, das war's, ne? Da oben, guck mal mit dem Teleporter hin. Wo wir ja auch schon vorbeigeschneit haben. Was mit dir willst du mich irgendwie ansprechen, oder warum gaffst du mich hier so an? Und? Und? Was sagt sie? Ich bin überzeugt von der Qualität aller Fische und wird in Zukunft bei dir kaufen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Lass mich dir etwas Gold für deine Mühen geben. Ah. Gut. Dass wir nochmal vorbeigekommen sind. Hast du jetzt wegen den 15 Gold und die EP? Okay, ne? Was liegt denn hier noch rum? Eine Haufen Steintafeln. Waren wir das ist keine alte, das sind... ...recht interessante Steintafeln. Gucken wir mal, ob wir da hin jetzt noch was finden. Ob es da noch was gibt. Auch das Wrack sieht interessant aus. Dann gibt es das Unterwasser, bevor wir aufs Schiff gehen, oder auf die Überreste. Aber hier scheint es auch nichts zu geben. Oder, ne, sieht relativ leer aus. Aber habe ich da eben links eine Höhle gesehen? Ich glaube, das habe ich. Ich glaube, das habe ich. Das ist ja hier eine coole Unterkunft. Ich frage mich nur, wer hier pennt. Ist auch vergleichsweise ungemütlich, aber irgendwie hat es auch was Erfrischendes. Also, so ein bisschen zumindest. So, also gut, ab zum Leuchtturm. Da ist sogar ein Schiff, das da anliegt. Ist ja einiges los, ey. So, die Frage, wie komme ich hier hoch? Kann man hier irgendwo stehen? Ich glaube, hier, oder? Ja, hier kann man stehen. Und ich lasse mich die Wachen gleich angreifen. Das könnte ich mir vorstellen. Wie kann man hier ein bisschen was mitnehmen? Hier nehme ich auch ein Zeug rum. Das sind zwar nur leere Wasserflaschen bis jetzt, aber... Was da ist, ist da. Das ist wahrscheinlich hier der Marine-Stützpunkt. Vor der Stadt. Auf einer kleinen vorgelagerten Insel. Und hier kommt man gar nicht rein, okay. Dann kommt man nicht rein. Anschuh. Ihr, äh... Habt ja nichts dagegen, wenn ich ein bisschen was mitnehme, oder? Wer bist du? Mein Name ist Ansu Anis Mohamed Benigname Dalvaro. Ich komme von der Insel an Toshina, weit dem Süden des Reiches. Mit meinem Kumpel Skipper reise ich von Hafen zu Hafen, um zu handeln und unsere hochwertigen Waren auf der Welt zu verbreiten. Ah, okay. Können wir handeln? Was wäre ich für ein Händler, wenn ich nicht mit dir handeln würde? Okay, dann zeig mal ja. Sag mir deine Ware. Wow. Amulett der Lebenskraft. Könnten wir uns sogar holen. Das sind 500 Gold. Äh, 400 Gold für 40 Leben. Und wir haben noch kein Amulett. Ach, guck mal, was soll's. Und dem können wir auch ein bisschen was verkaufen. So. Nehmen wir den ganzen Scheiß. So, und schon nochmal viel mehr Geld als davor. Also, ein bisschen was. Schade, dass der sonst nichts hat. Von bedeutend... Uh. Uh, dass das nicht stört, dass wir einfach mal ein bisschen uns hier betienen. Deswegen kaufe ich noch nichts bei dem. Außer jetzt das Amulett. Das war ein Gassenhauer. Moment, erstmal das Amulett. Wo ist er denn, der Gassenhauer? Doppelter Hammer? Gassenhauer-Wirkung unbekannt. Okay. Und jetzt nur, dass der nichts merkt. Ich meine, bei Drohnen werden sie alle mehr oder weniger bisschen, äh, nervöser. Scheiße. Noch besser. Das ist verschlossen. So ein Kack. Hey, du. Was machst du hier? Mein Freund Anschuh dort unten und ich sind Händler. Wir sind auf der Suche nach einem Freund. Er hält sich hier irgendwo auf der Insel auf. Ah, okay. Ich glaube, ich habe euren Freund gefunden. Ach ja. Ein Mann namens Francis behauptet, er würde euch kennen. Er sitzt vor einer Höhle in der Nähe des Strandes. Dann ist er also tatsächlich hier. Endlich. Händler seid ihr also. Ach komm. Glaubst du, ich würde jeder der hergelaufenen Landratte direkt die Wahrheit auf die Nase binden? Dann kann ich ja gleich direkt zur Stadtwache gehen und sagen, Hallo, ich bin ein Pirat. Kommt und hängt mich bitte. Außerdem verkaufen wir die Waren, die wir erbeuten. Ist doch auch handelnd. Das ist richtig, ja. So, die Queste war noch nicht beendet. Also können wir nochmal mit Francis reden. Da können wir vielleicht die neben Queste auch noch abschließen. Das hat sich ja doch einigermaßen flott geklappt. Ich dachte, das wird erst später in einigen Kapiteln nach und nach sich so ergeben. Aber schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um, oder? In der nächsten Folge. Ich würde sagen, genau, dann machen wir da noch weiter. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.